Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und Moment mal Kata, wir sind ja wirklich richtig, richtig klein. Oh, stimmt, das ist richtig süß. Guck mal, wie groß das Schweinchen dagegen ist. Oh, das stimmt und Moment mal, das Hühnchen ist ja auch wirklich richtig, richtig groß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schaut ihr das mal an, das Gras ist wirklich so, so, so riesig. Oh, oh. Und die Rose auch und weißt du mal so, zack, 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 zack. Und guck mal Kata, bitteschön. Oh, danke schön. Oh, so, so, so cool. Du siehst wirklich richtig süß so klein aus. Oh, stimmt. Guck mal, wie klein ich bin. Und Moment mal, was können wir denn alles machen, wenn wir so klein sind? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal Kata, wir könnten hier hinten den Block hochklettern und von ganz, ganz da oben ins Wasser runterblumsen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Und Moment mal, ich glaube, ich habe es da hinten brennen gesehen. Oh, stimmt Kata, du hast recht, da hinten brennt es ja. Was ist denn da los? Moment mal. Wollen wir das Feuer löschen? Oh, ja. Okay, ich schwimme hin. Ja, ich bin hinter dir. Hallo. Das ist wirklich so, so, so cool, dass wir so winzig sind. So nice. Und Kata, weißt du was? Was denn? Ich habe richtig, richtig doll Hunger. Oh, ich habe auch voll Hunger. Wir könnten gleich was essen danach. Oh, gute Idee. Oh, Moment mal, Kata. Schau dir das hier mal an. Hier ist ein riesiger Lavasee. Und ich habe richtig, richtig doll Angst. Hier geht es hier wirklich so, so, so tief nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, stimmt. Und Moment mal. Wir könnten den Lavasee zumachen. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Komm mal, bitteschön. Hier ist ein Wassereimer für dich. Oh, danke schön. Und guck mal, Kata. Da brennt es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zack. Und oh, schau dir das mal an. Wir löschen den ganzen Lavasee. Das macht so, so, so viel Spaß. Und zack. Hier wird auch gelöscht. Und zack. Und zack. Oh, so, so, so nice. Wir haben den ganzen Lavasee gelöscht. So cool. Und Moment mal. Hier brennt auch nichts mehr. Oh, ja. Und Moment mal, Kata. Es ist wirklich schon richtig, richtig dunkel. Und ich habe tatsächlich richtig, richtig großen Hunger. Oh, ich auch. Moment mal. Ich habe ein bisschen was zu essen dabei. Willst du was essen? Oh, ja. Okay, willst du lieber Äpfelchen oder Melönchen? Hm, ich hätte gern die Melönchen. Okay, bitteschön. Und zack, 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 zack. Oh, danke dir, Kata. Und njam, 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 njam. Oh, die Melönchen sind wirklich so, so, so lecker. Und njam, njam, njam. Und zack. Und noch eine Melone. Und zack. Oh, so doll lecker. Richtig, richtig cool. Oh, stimmt. Das war richtig lecker. Oh, ja. Und Moment mal, Kata. Ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Und die wäre? Hm, wir könnten hier wirklich ein richtig, richtig cooles kleines Mini-Gefängnis bauen. Oh, gute Idee. Okay, Moment mal. Hm, wo wollen wir das denn anfangen? Hm, ich würde sagen, das kleine Mini-Gefängnis bauen wir ganz genau hier hin. Das wird so, so, so nice. Wir könnten richtig viele Zellen reinbauen und das kleine Mini-Gefängnis wirklich richtig, richtig sicher machen. Oh, stimmt. Sehr gute Idee. Moment mal, Kata. Hast du vielleicht ein paar Steinies für mich? Oh, natürlich. Warte mal. Hier hast du ein bisschen Stein. Hier hast du ein bisschen Erde. Dann haben wir hier noch verschiedenes Holz, Glas und Wolle. Oh, danke schön, Kata. Richtig, richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, ich fange hier an, das kleine Gefängnis zu bauen. So cool. Oh, Moment mal. Ob ich dir helfen? Natürlich, Kata. Wir können das kleine Gefängnis zusammenbauen. Oh, sehr gut. So, zack, zack, zack. Dann würde ich sagen, hier kommt die erste Steinwand hin. So und so und so. Dann kommt das hier so weiter. So, zack, 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 zack. Oh, richtig, richtig nice. Das wird ein richtig süßes kleines Gefängnis, Kata. So cool. Okay, Moment mal, Kata. Dann würde ich sagen, hier kommt der Eingang hin. Und Moment mal. Das wird wirklich ein richtig süßes kleines Gefängnis. Und weißt du was? Was denn? Hm, ich werde dich darin einsperren. Warum ich? Ich werde dich da einsperren. Hey, warum das denn? Du machst immer Quatsch. Du musst ins kleine Mini-Gefängnis eingesperrt werden. Oh Mann. Oh, so, so, so cool. Okay, okay. Das hier ist auf jeden Fall der Eingang. Und du baust gerade die richtig, richtig hohen Wände. Hm, und ich würde sagen, ich mache hier außenrum einen richtig, richtig großen Burggraben. Oh, sehr gute Idee. Oh ja. Dann kann auf jeden Fall niemand aus dem Mini-Gefängnis ausbrechen. So cool. So, zack, zack, zack. Da baue ich hier alles ab. So und so und so. Und das wird auch alles abgebaut. Und dann würde ich sagen, hier geht es richtig, richtig tief nach unten. So und so und so. Und das macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Oh, stimmt. Und Moment mal. Wie hoch soll das Gefängnis denn sein? Hm, ich würde sagen, noch zwei Blöcke höher. Na gut. Oh, Moment mal, Katja. Du hast die Wände wirklich schon richtig, richtig hoch gebaut. Und ich habe hier wirklich einen richtig, richtig coolen Graben gebaut. Dann baue ich hier eine kleine Brücke drüber. So, zack, zack, zack. Und unser kleines Mini-Gefängnis sieht wirklich schon so, so, so cool aus. Okay, Moment mal, Katja. Ich würde sagen, ich baue die ersten Zellen. Dann würde ich sagen, so, zack, zack, zack. Das hier ist die erste Zelle. So und so. Dann ist das hier der Eingang. So, zack, zack, zack. Okay, warte mal. Eine Zelle ist immer eins, zwei, drei, vier, fünf groß. Okay, eins, zwei, drei, vier und fünf. Dann kommt hier eine Wand hin. So und so. So und so. Okay, warte mal. Dann eins, zwei und drei. Dann kommt hier die nächste Zelle hin. So und so und so. Dann eins, zwei und drei. Und hier kommt die allerletzte Zelle hin. Oh, sehr nice. Schau mal, Katja. Hier sind auf jeden Fall die Zellen. So und so und so. Dann kommt hier ein kleines Dächlein obendrauf. Oh, so, so, so cool. Mir gefällt unser kleines Mini-Gefängnis wirklich so, so, so gut. Kuckuck, hallo. Hallo, Katja. Und warte mal. Willst du mir noch ein bisschen Holz geben? Ah, natürlich. Warte mal. Und bitteschön. Oh, danke dir, Katja. Sehr, sehr, sehr lieb. Okay, okay. Dann baue ich hier die Zellen weiter. So, zack, zack, zack. Und Katja, wenn du willst, kannst du auf der gegenüberliegenden Seite auch Zellen bauen. Okay, ich fange an. Oh ja. So und so und so. Dann baue ich hier die kleinen Zellen. Und mir gefällt unser Mini-Gefängnis wirklich so, so, so gut. So und so und so. Dann baue ich mich hier noch ein bisschen höher. Und zack, 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 zack. Das macht wirklich so doll viel Spaß. Und so und so und so. Unser kleines Mini-Gefängnis ist wirklich hier richtig, richtig süß. Oh, stimmt. Und warte mal. Hier kommt die Tür hin. Und zack und zack. Hier kommt eine Tür hin. Und zack und zack. Und hier eine Tür. Und so. Oh, sehr gut, Katja. Und Moment mal. Mir gefällt die Zelle wirklich schon so, so, so gut. Okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, ich mache hier noch einen anderen Boden rein. So, zack, zack, zack. Das kommt alles weg. So, 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 so. Und da kommt hier Boden rein. So, zack, zack, zack. Oh, die Zellen sind wirklich so, so, so cool. Und zack. Dann kommt hier noch anderer Boden rein. Oh, sehr cool. Und Moment mal. Hallo. Hallo. Willst du mir ein bisschen helfen? Oh, natürlich. Warte mal. Ich habe aber kein Holz mehr, Katja. Willst du mir noch ein bisschen Holz geben? Oh, natürlich. Guck mal. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr. So, so, so. Bitteschön. Oh, danke dir, Katja. So und so und so. So, dann mache ich hier auf jeden Fall schon mal das Dächlein obendrauf. So, hier kommt ein kleines Dächlein obendrauf. So, zack, zack, zack. Oh, sehr nice. Oh, schau mal, Katja. Unser kleines Mini-Gefängnis sieht wirklich so, so, so cool aus. Wir haben hier eine kleine Brücke. Und hier unten ist wirklich richtig, richtig viel Lava. Und wenn wir hier reingehen, haben wir auf der linken Seite richtig viele Zellen. Und hier auch. So cool. Wir haben tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zellen. So, so, so nice. Oh, stimmt. Richtig gut. Oh, ja. Und Moment mal, Katja. Ich baue hier noch ein bisschen Verzierung hin. So und so und so. Da kommen hier noch kleine Pflänzchen hin. Und zack. Oh, so nice. Und warte mal, wir könnten hier auch eine Pflanze hinmachen. Und so. Oh, unser kleines Mini-Gefängnis gefällt mir wirklich so, so, so gut. Das ist so nice. Und zack und zack. Da kommen hier noch so kleine Pflänzchen hin. Und hier auch. Und so und so. Oh, so, so, so cool. Okay, Moment mal, Katja. Dann würde ich sagen, wir bauen hier noch so eine kleine Tür hin. Und dann ist unser kleines Mini-Gefängnis wirklich richtig, richtig sicher. Oh, stimmt. Wir haben hier einen richtig guten Lavakram. Und die Zellen sind auch richtig schön und geräumig. Oh, das stimmt. Okay, Moment mal, Katja. Dann mache ich hier eine richtig, richtig coole Tür hin. So, mit ein paar Gitterstäben. Da kommen hier noch welche hin. So und so. Oh, sehr nice, Katja. Jetzt habe ich hier eine kleine Tür, die wir immer runterfahren können. Und dann kommt man hier nicht mehr raus. Und warte mal. Willst du die Tür runterfahren? Hm, okay. Mach ich. Ja, Moment mal, Katja. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Hallo? Hallo. Hallo. Ach, Mann. Moment mal. Du hast mich im Mini-Gefängnis eingesperrt. So cool. Und Katja. Was denn? Lässt du mich hier wieder raus? Ja, natürlich. Warte, warte. Oh, danke schön, Katja. Und zack, zack, zack. Oh, so, so, so cool. Mir gefällt unser kleines Mini-Gefängnis wirklich richtig, richtig gut. Oh, mir auch. Oh, so, so, so cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.